Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Tomb Raider. Ja, in der letzten Folge habe ich einen schwerwiegenden Fehler gefunden. Mein lieber Laptop hat einfach mal, ja, meinte mein, äh, Kameramikrofon anschalten zu müssen. Und ich mein Headset, ich hab alles halt übers Headset gehört. Dachte ich so, ja, okay. Nimmt ja auch alles so fein auf. Pustekuchen. Ähm, ja. Ja, deswegen. Ich versuche es nachsynchronisieren. Ihr müsst dann leider ohne Sound dann rauskommen. Das tut mir dann auch echt leid. Also ich kann ein paar Singen, glaube, hinzufügen. Das ist, glaube ich, kein Problem. Aber man hört halt, dann hat die... Ja, und mich herum. Ja, gut. Ach, Mensch. Das ärgert mich so. Ich will hier eigentlich nicht hingehen. Wenn ich nämlich hier hingehe. Ah. Genau, das meine ich. Bewegung, los! Wieso, wie viele Menschen gibt es in diesem verdammten Ort? Ey. Ich wette, da kommen noch mehr. Noch mehr, mehr, mehr. Ja, gut. Au, au, au. Wieso können die darauf schießen, dass meine Fächer... Äh, Fächer. Ja. Ja. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ist es vorbei? Ja gut. Entzündlich heller Stoff. Ja. Wow. Also ich glaube, bei den Let's Playern, die ich das geguckt habe, ging das nie so schnell. Weil das soll auch jetzt nicht irgendwie eine Beleidigung oder so sein. Aber ich bin da ganz froh, dass ich es so schnell geschafft habe. Also ich habe das halt viele Szenen halt geguckt. Deswegen kann ich keine Falle übernehmen. Deswegen kenne ich ja manches. Aber... Ah, nein, Lara. Das wird dir nichts bringen. Aber natürlich... Natürlich habe ich die Hälfte aber auch wieder vergessen, was da passiert ist. Ich habe das von... Oh, pfff... Jahr oder so angefangen zu sehen. Also... Lang, lang. Sogar davor lang, lang ist her. Also... Ich denke, das Ding muss wieder runterfallen, wenn ich da durchgehe. Oh, ein Lager. Infiltieren sie dem Polos. Ja gut. Neues Lager entdeckt. Ja, da gehen wir jetzt auch hin. Hast du mir was zu sagen? Das Sturmgewehr. Ähm... Ja gut. Äh... Äh... Ach, jetzt nie... Äh... Ne... Ich warte lieber. Ich warte lieber, bis ich mehr... Äh... Ich habe doch so ein Ding da weggeschossen. So ein... Hier... Das müsste doch... Das ist weg. Menno... Ich habe zu viel Bum-Bum gemacht. Um es mal so auszudrücken. Ich habe meine eigene Kiste weggesprengt. Ach, Menno. Was ist los? Alt Mann? Aber auffalten... Das heißt, da ist irgendjemand aus unserem Team. Das muss jemand aus unserem Team sein. Das ist Planet. Du kan nicht so leben. Ja... Das war bei so clean. Wenn? Woew, 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 woew? Ja, zambus auf, Leute. Zambus auf. No, ich schwiri dich auf. Ah, oh mein Gott. Oh nein, ich bin nicht höll einfach. Oh nein. Clever, Clever, klettert er hoch. Zündet ihr an! Ah! Keine Chance, ihr Schein. Clever! Alter, die werfen mit Dynamik. Das ist... Geh da weg! Ich sag und schrotte das Ding. Ja! 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 Ja, ist klar! Ist klar! Scheiß Kerl! Woher kommen die Angele? Ah! Hört auf mit Dynamik zu werfen! Hört auf mit Dynamik zu werfen! Ah! Ah! Ich glaub's nicht. Lara, du lebst noch. Gerade so. Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komm ich nicht rauf. Verdammt, aber die haben ja eine Anlage zur Frachtbeförderung. Hier sind immer noch Feinde. Jetzt würde Lara nicht so... Oh, er muss schon plündern. Tut mir leid, aber es regt einen so auf, dass man hier alles sozusagen so wirklich zu sein Bestes gibt. Und dann diese Mistkerle kommen. Und die alles so... Auch noch, Mann. Gut. Ich hab hier so... Ich hab hier doch Feinde gesehen. Wieso schießen sie nicht auf mich? Erlärme, das ist eine... Sehr schlechte Idee. Aber gut. Entscheide... Heieieiei... Stures Kindchen. Oh, 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 oh. Ich hab, äh, was gefunden. Okay, okay. So. Also... Mich wundert's, dass Lara immer noch meint, wir sind Feinde. Schon wieder. Ich hab nur mal wieder geguckt, wie lange ich das aufnehme. Ich hab da echt keinen Zeit dafür und, äh, ich stell mir ungern die Trimers. Warum kann das... Kann sie nicht einfach das machen lassen? Wenn wir noch Falle nehmen können, gerne. Wenn wir noch Munition nehmen können. Da freu ich mich sehr. Also, ich seh hier nur den... Bleib da drauf stehen. Bleib da drauf stehen. Cool. Ja gut. Äh. Natürlich nicht. So. Ihr miesen... Schabacken. Ich mach das jetzt kaputt. Ich mach das jetzt kaputt. Ah. Adios. Schalldämpfer. Äh. Äh, naja. Also, so Bock davon viel zu deaktivieren, hatte ich nicht. Das ist einfach mal so voller Feinde. Und Leber sind gerade Zeit. Hier sind Feinde. Da war jemand. Das hab ich genau gesehen. Er sprang trotzdem runter. Weil wir Leber spielen. Also, ich persönlich würde mich das nicht trauen. Hä, hä. Aber... Ach, schon wieder Schweine. Äh, äh, äh. Aber das finde ich ja marke. Ich bin ja toll. Öffnet. Das sieht cool aus. Ach so. Äh. Könntest du dich auch wenn immer zu bücken? Da kriegt man echt so manchmal so'n... 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 Adtrick. Ich sag dir... Ist schlusslich. Tschüss. Ich bin... Tut mir leid. Ich bin eigentlich ein Tierfreund, aber... Ich dachte, du wärst ein Liebeschwein. Ich mag nicht. Das Schwein ist gerade voll böse zu mir. Lass die Hühnern ruhen. Lass die Hühnern ruhen. Lass meine Hühnchen. Oh, mein. Oh, mein. Oh, mein. Ihr habt nix gesehen. Ihr habt nix gesehen. Wie kann man so'ne Treppe hochlaufen? Also, ich würd mich da verfangen und, äh... Ja, dann war's auch die Maus. Also, würd mich da so festhängen. If you know what I mean. Alter, dieses Schwein. Dieses Schwein. Oh, Mann. Ich hätt's nicht anschießen wollen. Oh, Mann. Das hat voll Schuldgefühle. Ich sag's euch. Da kriegt man voll Schuldgefühle. Also, ich krieg Schuldgefühle. Oh, Mann. Das ist so offen zu quieken. Wieso reicht das? Seit... Da spricht wohl so... ...alles so in mir. Wieso? Wieso hört das nicht auf? Bin ich jetzt hoch genug? Nein. Ich müsste mich jetzt leben. Mein ganzes... ...Spiel lang. Ich hab auch Feuerpfeile. Oh, hört auf mit eurem Dynamit. Ich bin jetzt... Ich, ich, ich schieße dir einen Feuerpfeil. Wieso? Wieso brennst du nicht? And we gonna get burned. Hier ist noch einer. Das hat die schon mal, also gesehen. Dann hat sich der einfach versteckt. So nah richtig. Das meine ich. Der hat sich irgendwie da unten verhangen. Weil der halt abgeschossen wurde. Und dann hat man... Ah. Qualm rieche ich trotzdem. Ich rieche so im Spiel. Also im Spiel qualmt es auch. Und bei mir riecht es auch ungebrannt. Dankeschön, Nachbarschaft, dass ihr meint, immer grillen zu müssen. Hö, hö. Lagerfeuer. Singt das Lagerfeuerlied. Äh, ich kann es leider nicht buchstabieren. Dö, 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 dö. Singt mit dir das Lagerfeuerlied. Hallo, bist du? Hallo. Hallo. Äh, hä, hä. Was? Oh, ein Geocache. Nehmt den Geocache. Äh. Äh, cool. Oh, da muss ich hin. Oh, das ist cool. Aber... Ich muss doch den einen Feind finden. Der wo... Graziell auf mich... Oh. Oh, shit. Oh, ich mag Relikte. Ist das unser letzter? Oh, ja, ich glaube schon. Oh, 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 oh. Dieser goldlackierte Inro enthält Schreibgerät und eingetrocknete Tinte. Wahrscheinlich Eigentum eines Hochschreibers oder Historikers. Ich finde, die sehen so, ähm, japanisch aus. Das ist... ...halt so cool. Oh, und ich liebe so viel Munition, die sie Waffens haben. Aber ich stehe immer noch mehr Pfeile. He, he, he. So, ich wette mit euch. Wenn ich jetzt hier hochgehe... Da sind die letzten Schweine. Ja, das hast du richtig erkannt, mein Lieber. Oh, oh. I don't want it. Nein, 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 nein. Don't shot. I... I shot of you, but you don't shot of me, please. Das ist unser Pakt, okay? Das ist unser Pakt, ja? Das ist so... Das habe ich so eben beschlossen. Hört auf, so zu schreien. Okay. So, jetzt hatte ich aber eine echt scheiß Stelle. Aber jetzt habe ich schon zu lange aufgenommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, sagen wir mal. Ja, das ist okay. Vielen Dank.